Hallo und willkommen zu dem Video. Meine Meinung zu Schreck 2 der Tolkien-Held kehrt zurück. Das ist Ziegen. Erste Strahlung in deutschen Kinos am 1.7.1.2004. Pro Schulstudios, Dreamworks, SKG, Praxis, Data, Images, Dreamworks, Animation. Endergebnis 58,77 Euro. Prozentskost, Prozentskost 130,97 Euro. Gewinn 7,87 Euro. Kurz zur Story dieses Films. Nachdem Fiona und Schreck von den Winterwochen zurück sind, besuchen sie die künftige Familie. Doch der König, Fionas Vater, mag Schreck nicht und will lieber, dass Prinz Charming, Fionas Mann, wird. Und beauftragt deswegen, um Schreck loszuwerden, den gestiefelten Kater damit schreckt umzubringen. Nun zu meiner Meinung. Am Anfang sehen wir das bekannte Buch, das aus dem ersten Teil, das die Vorgeschichte mit Prinz Charming erzählt. Wie Prinz Charming auf den Wolf statt Fiona trifft, ist lustig. Wie Fiona und Schreck ihre Winterwochen verbringen, ist romantisch und lustig. Als einfach eine Mehrung Frau, nachdem eine Welle über die beiden schwappt und auf Schrecks Bauch liegt und Fiona sie einfach packt und ins Meer schmeißt. Dass Schreck Feen in Gläser einsperrt, um sie als Lampen zu missbrauchen, ist schon ziemlich grausam von ihm. Wie Fiona gegen die Menschen kämpft, die Schreck und sie fangen wollen, sieht richtig gut aus, ist richtig gut und ist richtig gute Action. Der Streit zwischen Schreck und Fiona ist verständlich, weil Schreck verständlicherweise denkt, dass Fionas Eltern, dass Fionas Eltern Schreck nicht mögen und will deswegen nicht zum Schloss ihrer Eltern mitkommen. Die Reise bis zum Schloss von Fionas Eltern führt durch verschiedene Landschaften, die richtig gut aussehen und Esel ist auf der Reise richtig nervig. Das Kind gleich weit weit weg, sieht richtig gut aus, man merkt richtig, wie der König Schreck hasst und der Streit zwischen den beiden ist unterhaltsam. Der Streit zwischen Fiona und Schreck ist gut und verständlich und wie Schreck den Hund erschreckt, ist schon böse von ihm. Man muss auch sagen, dass die gute Fee ein richtig guter Bösewicht ist, denn wer denkt schon, dass eine Fee böse ist. Auch die Einführung des gestiefelten Kater ist richtig gut, denn man sieht am Anfang nur seine Augen. In einem Sinne merkt man richtig, wie schlecht der Schreck damit geht, dass der König ihn nicht mag. Doch er ist bereit, ihn zu vergeben. Das Schreck denkt, dass der Esel schnurrt, ist richtig lustig. Das Schreck denkt, dass er ein Mensch werden will, ist nicht gut, denn im ersten Film hat er gelernt, dass es nicht um das Aussehen geht, sondern um die inneren Werte. Der gestiefelte Kater wird viel zu schnell zum Freund von Schreck und Esel und durch seinen süßen Blick bringt er Schreck dazu, dass er mit Esel und ihm mitgehen darf. Die Fabrik der guten Fee ist eine Anlehnung an die moderne Welt und der Umweltverschmutzung. Esel wird richtig eifersüchtig auf den gestiefelten Kater und Esel erwähnt einfach mal Mick Wapperup in einem Witz. Esel spricht auch Tierversuche an. Als Mensch wirkt Schreck viel attraktiver als Oga. Als Schreck Fiona an Prinz Charming verliert, fragt er sich, ob er Fiona jemals aus dem Turm befreien sollte. Der Ball, der viele verschiedene Märchenfiguren zeigt, ist richtig ideenreich und auch das deutsche Fernsehen wird parodiert. Die Fabriwesen werden auch mal wichtig, weil sie Schreck aus dem Kerker befreien und gegen die gute Fee kämpfen. Im ersten Film waren die Fabriwesen eher unwichtig für die Story. Es gibt sogar eine Starbucks-Referenz. Der Arg von dem König, der sich am Ende für Schreck opfert und in einen Frosch verwandelt wurde. Und am Ende erkennt er Schreck als Fionas Mann an. Leider ist die Historie des Films so ziemlich die gleiche wie die des ersten Films. Schreck denkt wieder einmal, einmal erweiter ein Oga ist, dass Fiona ihn nicht liebt. Ein Bösewicht, der sich durch die Heirat von Fiona den Thron erhofft. Und am Ende merken Fiona und Schreck wieder, dass es auf die inneren Werte ankommt. Die gute Fee war ein ganz guter Bösewicht und auch die Einführung des geschieferten Katers war gut. Und ein unterhaltsamer Film, der bis auf neue Figuren leider nichts Neues macht und dem ersten Film ziemlich ähnelt. Trotzdem hatte ich meinen Spaß beim Schauen des Films auf Netflix. Auch Netflix, wo der Film nur noch bis zum 1. März verfügbar ist. Das war's auch schon im Video meiner Meinung nach zu Schreck 2, der Token Held kehrt zurück. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.